. Lovebags ist ein Tool, das wir entwickelt haben, genau für Zeiten wie diese. Es soll Hoffnung bringen für Menschen in schwierigen Lebenssituationen. Einerseits kannst du Regionalleiter werden, wo du sagst, ich sammle alle Anfragen, die sind und verteile dich weiter an Helfer. Oder ich werde ganz praktisch ein Helfer, der diesen Leuten begegnen, die in schwierigen, aussichtslosen Situationen sind. Lass uns zusammen einen Unterschied machen und in dieser Schweiz aufstehen und den Leuten begegnen, denen es ganz schlecht geht. Du kannst auf www.lovebags.ch reinschauen, siehst unser Kontaktmöglichkeiten, siehst die Fragen, die dort drin stehen. Schau es doch mal an und nimm mit uns Kontakt auf. Wir freuen uns, von dir zu hören. Tschüss! . . . . . Untertitelung des ZDF, 2020